Hermann Ludwig Blankenburg war ein deutscher Komponist und gilt aufgrund der mehr als 1200 von ihm komponierten Märsche als der deutsche Marschkönig. Entgegen einer besonders in Großbritannien und den USA verbreiteten Annahme war Blankenburg nie ein Militärmusiker. Er hatte nach kurzer Pflichtdienstzeit die Militärmusiklaufbahn verlassen, noch bevor sein eigentliches kompositorisches Schaffen begann. Lebenslauf Geboren in Thamsbrück als einziger Sohn eines Schäfers, entwickelte Blankenburg bereits in seiner Kindheit und Jugend ein außergewöhnliches musikalisches Talent. Er erlernte das Spielen der Querpfeife und gründete einen von ihm geleiteten Schülerspielmannszug. Obwohl er eigentlich die väterliche Landwirtschaft übernehmen sollte, wurde ihm schließlich erlaubt, eine musikalische Laufbahn einzuschlagen. Und so trat er in den Militärmusikdienst ein. Nach bestandener Prüfung wurde er mit 18 Jahren ins Trompeterchor des Feldartillerie-Regiments Nummer 6 in Breslau übernommen. Blankenburg verließ jedoch den Militärdienst schon nach kurzer Zeit und zog 1898 nach Kaiserslautern, wo er noch im gleichen Jahr heiratete. Bis zum Ersten Weltkrieg, den Blankenburg aus gesundheitlichen Gründen in Reserveeinheiten in Deutschland verbrachte, folgten noch weitere Umzüge. Nach einem längeren Aufenthalt in Hagen gelangte er schließlich 1918 nach Wesel, wo er zum zweiten Mal heiratete. Nachdem er bis dahin sein Geld VR als Bastuba und Kontrabassspieler verdient hatte, stieg sein Bekanntheitsgrad als Komponist in den 20er und 30er Jahren sprunghaft an und er avancierte zu einem der bekanntesten Komponisten für Marschmusik in ganz Europa. Freundschaftlich verbunden war er dem bekannten Berliner Komponisten Paul Linke, dem er mehrere Werke widmete. Diese Zeit ist auch der Höhepunkt seiner Schaffensperiode, wenn gleich seine heute bekanntesten Werke er in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg entstanden. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog sich Blankenburg aus der kompositorischen Arbeit weitgehend zurück. Außer einigen Ehrenmitgliedschaften in Musikvereinigungen und Gastauftritten als Dirigent trat er kaum mehr in die Öffentlichkeit. 1956 verstarb er wenige Monate vor seinem 80. Geburtstag und wurde in seiner Wahlheimat Wesel beigesetzt. Werk Heute ist von Hermann Ludwig Blankenburgs umfangreichem Werk nur noch ein vergleichsweise kleiner Teil erhalten. Grund dafür ist VR. Die Tatsache, dass sein Weseler Haus, in dem er den größten Teil seiner Partituren archiviert hatte, zunächst bei einem Luftangriff schwer beschädigt und dann nach Kriegsende von einquartierten Soldaten und Zwangsarbeitern verwüstet worden ist. Erhalten sind von den mindestens 1200 komponierten Märschen noch etwa 300 bis 400, insbesondere die internationale. Blankenburg Vereinigung ist bemüht, das vorhandene Material zu katalogisieren und Verlorenes wieder zu beschaffen. Die Marschkompositionen Blankenburgs sind aufgrund ihrer sehr klangvollen Harmonien und einem fast symphonischen Charakter zum größten Teil Konzert. Keine Marschirmärsche. Charakteristisch ist insbesondere die Gestaltung des Trios, in dem Blankenburg meist das jeweilige Thema zweimal wiederholt und dann nach einer steigernden Überleitung in ein klanggewaltiges Finale münden lässt. Heute sind die Märsche Blankenburgs eher im Ausland als in Deutschland selbst populär. Beispiele dafür sind seine Werke, Deutschlands Waffenehre und Adlerflug, die als Militärmärsche für die schwedische Armee übernommen wurden. Ersterer für die taktische Akademie des Heeres, letzterer für die Marineflieger. Sein heute bekanntester Marsch ist wohl Abschied der Gladiatoren, mit dem er 1905 einen Kompositionswettbewerb des renommierten britischen Musikverlages Bussi und M. Hox gewinnen konnte. Der Marsch hieß ursprünglich Deutschlands Fürsten, wurde dann aber mit Rücksicht auf die Zeitumstände umbenannt, eventuell stand für den neuen Titel der Marscheinzug der Gladiatorin von Julius Futschigpate. In England wurde der Marsch unter dem Titel The Gladiators VL ungemein populär und gehört dort auch heute noch zu den meistgespielten Märschen. Bekannte Werke Blankenburgs Abmarsch in die Quartiere Abschied der Gladiatoren Actionfront Admiral der Lüfte Auf der Wacht Dem Lenz entgegen Der Adler von Lille Der Siegerslorbeer Deutscher Gruß Deutscher Stenografenmarsch Deutschlands Waffenehre Die Wahrheit siegt Elkanah Empor zum Licht Europas Einigkeit Fliegerhelden Freundestreue Frieden und Einigkeit Frühlingskinder Givenchy-Marsch Gruß an Langen-Salza Gruß an Thüringen Grüß mir die Heimat Halderner-Fest-Marsch Im Rheinland liegt ein Städtchen Jugendfrühling Kavalerie-Parade-Marsch Klar zum Gefecht Künstlerblut Mein Regiment Mein Wesel Mit Kraft und Feuer Mit Siegespalm N.I.C.A. Pirate End Non-Solicited Early Kuhn-Zürich-Marsch Pilotenmut Prinz Eitel Friedrich Marsch Prinz Ernst August Marsch Sonnenkinder Unter dem Freiheitsstern Unter dem Friedensbanner Unter Kaisers Fahnen Untertitelung des ZDF